Hallo und willkommen zu Comic Dojo. Hier ist Thomas. Hier ist Steve. Und heute schauen wir uns endlich mal etwas an von einem meiner absoluten Lieblingskünstler aus Japan, nämlich von Katsuya Tarada. Ich bin ein riesen, riesen Fan von Tarada, als ich das erste Mal auf ihn gestoßen bin. Das hat komplett meine Welt zerrüttet eigentlich, weil, keine Ahnung, das ist einfach sein Artwork, das korrespondiert so gut mit mir. Ich bin ein riesen Fan seiner Sachen. Und ja, jahrzehntelang habe ich nicht gewusst, dass er existiert, obwohl ich schon viele Sachen von ihm gesehen habe. Ich war mir bloß nicht bewusst, dass all diese Sachen von ihm sind. Und erst viel später wurde ich auf ihn aufmerksam. Ich würde sagen, so um 2010 rum oder so, habe ich das das erste Mal so richtig wahrgenommen, obwohl er schon seit den 80ern aktiv ist. Also ein sehr aktiver Künstler, sehr produktiv. Dieses Buch hier, dieses Artbook, ich glaube es heißt Zenbu, ich weiß es nicht genau, es steht nirgendwo auf Englisch drauf, aber wenn ich mich recht erinnere, heißt es Zenbu. War eine seiner ersten Artwork-Collections, wenn ich mich nicht irre. Es kommt im Original in so einem Schuber. Ich habe aber die Version, die ich hier habe, das habe ich gebraucht gekauft, da war der Schuber nicht dabei, brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Und war super froh, dass ich das gekriegt habe. Ja, ich denke, wir schauen einfach direkt rein, weil dieses Artbook ist sehr umfangreich und bietet einen ganz guten Überblick über seine Karriere. Hier zum Aufklappen, man sieht schon, das hat schon so ein erotisches Motiv hier. Ein semi-erotisches Motiv auf der Rückseite. Das ist auch zum Aufklappen ein schöner Rückentext hier, können wir leider nicht lesen. So, ich versuche nur irgendwie dieses Buch aufzuklappen, ohne hier das Cover abzureißen, weil das ist schon ein bisschen brüchig. Ja, das Artbook ist auch auf verschiedenen Papier gedruckt. Also die schwarz-weißen Sachen sind auf so dicken, matten Papier und die farbigen auf glatten Hochglanzpapier. Ziemlich hochwertig gemacht. Ist auch ganz interessant, hier auf der ersten Seite sieht man, ich nehme an, das ist irgendwie so ein Zeichentisch oder so, voll mit Scribbles und Designskizzen etc. und hier ist nochmal so eine Farbpalette. Sehr interessant. Damit er weiß, wie die Farben tatsächlich auf dem Papier aussehen. Ja, Terrade ist auch nicht nur ein begnadeter Zeichner, sondern auch ein sehr guter Sculptor. Man sieht, hier hat er ein paar Figuren gemacht, hier hat er an Anthony Hopkins gesculptet, hier sein Monkey King. Das sieht ziemlich großartig aus alles. Und das ist so Just for Fun, macht er mal so nebenbei, aus Langeweile. Unglaublich. Ja, wir haben uns ja vor kurzem ein Artbook von Kim Jung Gi angeguckt und Terrade ist auch so ein Wahnsinniger. Der ist sehr, sehr produktiv, zeichnet extrem viel und super talentiert. Hier ein mega cooles Artwork, barbaren Artwork. Ich weiß jetzt nicht so genau, von was das ist, ob das auch zu einem Videospiel ist. Der hat nämlich sehr viel Videospielcover gemacht in den 80ern und 90ern. Wir sehen gleich ein ganz bekanntes. Hier, das hier ist mega bekannt. Das ist das Cover vom ersten Prince of Persia Teil für Super Nintendo. Beziehungsweise so in dieser vertikalen Form ist das das japanische Cover für Super Famicom. Und ich fand das schon immer unglaublich. Ich meine, allein die Bildkomposition ist schon fantastisch. Die Designs der einzelnen Charaktere. Hier, dass da noch im Wasser dieses Skelett ist und da im Vordergrund die Maus auf diesem Gefäß. Und da ist noch dieser sechsarmige Krieger. Unglaublich. Also ich bin bis heute total begeistert von diesem Motiv und das ist jetzt schon, puh, wie alt ist das? 30 Jahre Minimum? Um die 30 Jahre, ja. Das Papier ist so dick, dass man immer denkt, man hat zwei Seiten in der Hand. Ja, sehr unterschiedliche Timeline. Also das eine hier, wie gesagt, das ist Prince of Persia von Anfang der 90er. Und das hier ist schon digital gemalt. Das ist irgendwann in den 2000ern entstanden. Man hat leider keine Notiz, was wann entstanden ist oder woher das ist. Das wäre noch ganz interessant gewesen. Hier sieht man Auszüge aus seinem Zelda-Comic, der in dem japanischen Nintendo-Magazin rauskam. Hätte ich auch mega gerne irgendwie so gesammelt. Was denn mit Text, wie es wohl in Japan rauskam? Man guckt ja an, wie... Ja. Das ist ultra detailliert, aber leider auf Briefmarkengröße gedruckt hier. Also man kann es kaum erkennen. Aber es sieht mega gut aus. Hätte natürlich auch nichts dagegen, wenn es ein Zelda-Spiel geben würde im Tarada-Stil. Das war natürlich sick, ja. Hier der Fanart zu Masakatsu Katsura. Hier im Vordergrund Wingman, Video Girl Eye. Sehr düster, sehr cool. Das ist wahrscheinlich für irgendeine Konsole eine Werbung, schätze ich mal. Diese Affen haben hier einen Controller in der Hand. Ich kann aber nicht ganz zuordnen, was für eine Konsole das hier ist. Ja, hier sieht man noch mal die... Noch mehr Bilder von diesem Zelda-Manga von ihm. Komplett in Farbe. Sieht sehr cool aus. Er muss damals so, ich schätze mal, Mitte 20 gewesen sein. Super cool. Sehr viel, sehr unterschiedliches Artwork. Aber alles sehr gut gemacht. Das hier gemalt. Auf Leinwand. Noch mehr gemalte Bilder. Hier Cyber Ninja. Basierend auf dem Spiel und Film. Film von K-Time im Jahr. Einer meiner Lieblingsfilme. Super cool. Es ist schon ein sehr geniales Artwork. Vor allem diese ganzen Fantasy-Sachen. Das sind schon super, wenn man sich die so anguckt. Diese ganzen Drachen und Monster im Hintergrund. Und hier so ein Zauberer. Es sieht alles schon sehr, sehr genial aus. Oder hier dieser Krieger. Super detailliert. Wahnsinn. Das ist wirklich... Jede Seite ist großartig. Also man kann hier echt... Wenn ich dieses Artbook zu Hause zur Hand nehme und so durchgucke, dann vergehen Stunden. Weil man einfach so versinkt in diesem detaillierten, großartigen Artwork. Manchmal inspiriert es einen. Manchmal sorgt es auch ein bisschen für Depressionen. Weil man sich denkt, wie konnte der damals schon so gut sein? Und wird man selbst jemals halb so gut sein wie er? Aber ich finde, man erkennt schon relativ gut, was davon digital gezeichnet wurde und was traditionell. Das stimmt. Also irgendwie seine traditionellen... Also seine digitalen Sachen wirken irgendwie... Jetzt hätten sie viel mehr Sättigung. Also die Farben sind viel gesättigter, finde ich, als jetzt bei seinen traditionellen Bildern. Das hier sind Charakter-Designs. Ich weiß nicht so genau. Also hier sind Charakter-Designs auf jeden Fall für einen Kater-MMI-Jahr-Film. Aber der Rest ist von irgendeinem Spiel. Ich weiß aber nicht genau, was für ein Spiel das ist. Wird wohl ein Kampfspiel sein. Das ist auch ein Super-Nintendo-Spiel, ja. Witcher-Fighter hat er ja für die ersten zwei Teile auf jeden Fall als Artwork gemacht. Die sehen wir auch noch hier drin. Er ist auch ein Riesen-Fan von Devilman und man sieht auch immer wieder so Dämonen-Muster. Er hat auch ein Devilman-Mini-Comic gemacht. Das ist so krank, wenn man sich das anguckt. So detailliert. Und man sieht auch, er ist ein Riesen-Möbius-Fan gewesen. Das heißt, gewesen ist wahrscheinlich immer noch ein Riesen-Möbius-Fan. Die Art der Schraffierung der Charakter. Simon Bisley mag er auch gerne. Sieht man auch ab und zu ein bisschen durchscheinen. Das ist auch irgendwie Konzept-Art für ein Videospiel. Das könnte Wizard sein. Bin mir nicht ganz sicher. Neon Genesis Evangelion Fanart. Auch Neon Genesis Evangelion. Ein Mann mit gutem Geschmack. Noch mehr Neon Genesis Evangelion. Dann zwischendrin noch mal so Fun-Sketche. Digitale Fun-Sketche. Vielleicht wäre es besser, wenn das Artbook-Konbet chronologisch wäre. Weiß ich nicht genau. Also ist alles sehr extrem gemixt. Neues Zeug und altes Zeug. Nicht alles safe for work. Hier ein paar japanische Cover für Joe R. Lansdale-Romane. Artwork für ein Brettspiel. Also er hat echt alles schon gemacht. Von, wie gesagt, seit den 80ern aktiv bis heute. Arbeitet für Film, Fernsehen, Videospiele. Alles mögliche. Alles, wo man Illustrationen verwenden kann, hat er schon gemacht. Das hier war Illustrationen für eine Buchreihe, für eine japanische, über einen Detektiv. Auch ziemlich cool. Keine Ahnung, was das hier ist. Das ist von Parappa the Rapper. Ah. Das ist dieser Zwiebelmeister. Cool. Hier sieht man so ein bisschen Simon Bisley. Dieser muskulöse Arm bei der Frau. Ja, es ist unglaublich, wenn man sich so diese Struktur und Muster von der Haut von dieser Eidechse hier anguckt. Und die ganzen Falten. Und es sieht einfach alles korrekt und großartig aus. Und auch das Kostümdesign hier von dieser erotischen Samurai-Kriegerin. Ja, ich kann es jedem ans Herz legen. Also man muss vielleicht nicht unbedingt dieses Artbook sich besorgen. Das ist, glaube ich, mittlerweile recht schwer zu kriegen. Aber es gibt diverse andere Artbooks. Dark Horse hat zwei Artbooks von ihm rausgebracht. Es gibt auch eine neue Sketch Collection. Also er hat so zwei Sketch Collections rausgebracht. Das eine heißt Rakuga King, glaube ich. Ist schon ein bisschen schwieriger zu kriegen. Aber die zweite Sketch Collection kriegt man ganz leicht auf Amazon für nicht mal 40 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall. Und war sehr produktiv, der Mann. Also er hat einiges gemacht. Viele kennen ihn vielleicht auch als Character Designer des Animes Blub the Last Vampire. Da hat der ganze Anime seinen Look übernommen. auch ziemlich cool. Hier Character Designs für Sairam. Moon Over Dao. Der hat viel mit dem Regisseur Keita Mamiya zusammengearbeitet, weil die beide zusammen auf der Kunstschule waren in Japan. Das hier ist so ein Shooter. Ja. Weißt du noch, wie das Spiel heißt? Mir ist Gott entfallen. Was mit Soul oder so? Soul, ja. Goddammit. Gab es auf jeden Fall eine Collection für die Switch oder so. Genau, ja. Das hier sieht auch sehr Simon Bisley-mäßig aus. Ja, unglaublich, wie viel der Mann gemacht hat. Und das ist, was wir hier sehen, ist wie gesagt größtenteils sein älteres Zeug. Und danach hat er noch 20 Jahre noch mehr Artwork gemacht. Das ist auch fantastisch. Hier das Cover zu seinem Monkey King Comic, Manga. Super detailliert. Und auch die Farben ist auch ist eigentlich rot und blau, würde man eigentlich denken, passt nicht zusammen, aber er sorgt irgendwie dafür, dass es doch zusammenpasst. Ein Meister einfach. Sein Monkey King Comic müssen wir uns auch mal angucken demnächst. Einer meiner absoluten Lieblings Comics. Hier diverse Pin-Ups. Leicht erotische Motive. Hier ist so eine düstere Cinderella-Geschichte. Sehr Grunge 90er Nine-N-Nails mäßig. Dungeon-Monster. Wollte ich gerade sagen, das erinnert schon an Dark Souls oder Elden Ring oder sowas. ist einfach irre. So viel Charaktere, so viel verschiedener Designs, aber alles so großartig umgesetzt. Das hier ist auch ziemlich riesig, also die ist glaube ich in Lebensgröße gezeichnet. Ach was, okay, krass. Weil man sieht am Hinten nur diese Platten und ich glaube so eine Platte ist so einen halben Meter hoch ungefähr. Achso, ist das ein Wandbild oder was? Ich meine, das ist an der Wand. Okay, crazy. Also ich habe das mal irgendwie auf seinem Instagram oder so gesehen. Irgendwo habe ich das als Foto gesehen und da stand ein kleines Mädchen davor und das Mädchen war glaube ich gerade so auf Hüfthöhe mit ihrem Kopf. Okay. Das finde ich auch bewundernswert. Also der Typ, der kann auf einer Wand genauso perfekt zeichnen und malen wie auf jedem Stück Papier oder auf dem Tablet. Das ist verrückt. Also das Also wenn ich versuchen würde eine Zeichnung, die ich auf DIN A4 gezeichnet habe auf einer Wand zu zeichnen, würden wahrscheinlich alle Proportionen falsch sein, weil man einfach so nah dran steht, während man zeichnet, dass man ja gar keinen Überblick hat, ob das alles so richtig ist. Das muss man schon üben, sowas. Ja, und hier sind wir jetzt in der, in dem Teil, wo die Schwarz-Weiß-Zeichnern sind, die genauso beeindruckend sind wie die Farbzeichnern, wenn man sich hier die Schraffierungen und Schattierungen anguckt, von den Flügeln und von allem eigentlich. Das ist unglaublich. Unglaublich. Ja, hier sieht man dann den Möbius-Einfluss auf jeden Fall sehr gut. Ja. Ach, ja. Wahnsinn. Ein paar Mini-Comics zwischen dem. Mal guck dir das an. Wie krank ist das denn bitte? Also das ist 100% Möbius, auch vom Design. Ja, ja. Das ist richtige Möbius-Hommage, aber der Detailgrad, das ist wirklich viel Linie. Unglaublich. Viele Notizen und Sketche. Selbst seine Notizen sehen aus wie Kunstwerke. Aber wenn ich mir das so angucke, das hat ja trotzdem ein grafisch sehr anspruchsvolles oder ansprechendes Gesamtbild irgendwie. Ja. Definitiv. Diesen Skizzen zu seinem Devilman-Comic. Thumbnails. Das finde ich auch mega. Dieser Krieger, der da auf so einer Säule sitzt, angekettet. Und im Hintergrund noch so ein kleiner Flugsaurier, der auf seinem riesigen Schwert sitzt. Mega gut. Da kommt das an hier. Diese Schraffierung. Unglaublich. Finde ich dann lustig, dass das hier eine ganze Seite bekommen hat, aber das, ich meine, wahrscheinlich sind die Sachen alle auf einem Platz, die man hier sieht. wahrscheinlich. Hier wird schon auf weiter. Hier wird schon auf weiter. Wir müssen uns auf jeden Fall auch zu irgendeinem Zeitpunkt seine Comics mal angucken. Definitiv. Also Monkey King, Devilman. Wahrscheinlich werden wir uns erstmal das Devilman-Comic angucken, weil das recht kurz ist. Naja, ist so ein netter Einstieg mal. Hier ist auch Thumbnails für einen Samurai-Comic. Weiß nicht, ob der je realisiert wurde. Wüsste ich zumindest nicht wo. Hier ist ein Jason mit dieser japanischen Maske. auch ganz lustig. Zeichnet auch gerne Boxer und so MMA-Kämpfer vom Fernseher ab. Habe ich ab und zu mal gesehen. Auch interessant. Also macht auch Sinn eigentlich, weil dann kannst du die richtig in Bewegung sehen und wie die Muskeln aussehen in der Bewegung. Weil die wenigsten Superhelden-Zeichner zeichnen die Muskeln richtig, weil Muskeln können angespannt sein und können auch locker sein. und die meisten Superhelden-Zeichner bin ich auch mit betroffen. Zeichnen Muskeln eigentlich immer angespannt. Egal in welcher Pose sie sind. Ja, unglaublich. Ich finde, das ist aber auch so eine Sache, die so Leute wie Katsuya Terada oder Kim Jong-Gi mit anderen Zeichnern auf der Welt unterscheiden. Das sind so Künstler, die klar, die können diese ganzen abgefahrenen Fantasy-Sachen zeichnen, aber alles basiert auf realistischen, realistischer Physik oder realistischer Anatomie. Also die Grundlagen beherrschen sie alle. Die Grundlagen beherrschen sie beide. Das ist das ist halt so das Ding, jeder will irgendwie so coole Fantasy-Charaktere jetzt finde ich nicht auf die schnelle keinen, coole Fantasy-Charaktere zeichnen, aber keiner will mit den Grundlagen anfangen. Jeder will direkt, ich will direkt Batman zeichnen, aber du musst halt erstmal die Grundlagen drauf haben, bevor du anfangen kannst, deinen eigenen Stil zu finden und zu stilisieren. Genau. Aber jetzt weiß ich nicht, dass das Artbook wirklich Senbu heißt, hier auf der Seite steht es. Ja, Senbu von Katsuya Tarada. Sehr zu empfehlen, genauso wie alles andere von Katsuya Tarada. Ich glaube, es kommt demnächst auch ein Comic auf Englisch raus. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt, aber wenn es rauskommt, werde ich es mir auf jeden Fall zulegen und dann werden wir auch ein Video darüber machen. Ich glaube, es ist so ein Gangster-Comic. Habe ich mal auf Japanisch gesehen. Oh, okay. Cool. Ja, sehr, sehr cool. Sehr cooles Artwork. Auch ein sehr cooler Typ. Also immer, wenn man den so sieht in Videos, der wirkt immer sehr, sehr bescheiden und sieht auch nicht annähernd so alt aus, wie er tatsächlich ist. Ich glaube, er ist schon so um die 60, sieht aber immer noch irgendwie ziemlich fresh aus. Irgendwie ist das bei Asiaten irgendwie immer so, dass bis zum Alter sehen sie jung aus und dann mit 70 sehen sie dann plötzlich aus wie 100. Ja, das stimmt. Sie sehen immer ein bisschen jünger aus. Ja, endlich mal eingeführt hier einer meiner absoluten Top-Zeichner, Katsuya Tarada. Ja, jetzt nachdem wir uns Kim Jong-Gi angeguckt haben, war ja klar, dass wir auch unbedingt Katsuya Tarada. Die zwei sind auch gute Freunde, die haben sich oft, haben viel zusammen gemacht. Es gibt sogar so ein Crossover-Art-Book von beiden, das habe ich auch zu Hause, müssen wir uns auch mal anschauen. Da gibt es nämlich auch Interviews mit beiden. Ist auch ganz interessant, mal ein bisschen in ihre Köpfe rein zu blicken. sehr cool. Ja. Das war auch ein riesen, Katsuya Tarada ist eine riesen, 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 riesen Inspiration gewesen vom Zeichenstil für Shaolin Grandmaster Killer. Ich bin zwar nicht auf seinem Level, aber wer weiß, vielleicht komme ich ihm irgendwann mal nahe. Das wäre schon ein Erfolgserlebnis. Für die neuen Zuschauer, Shaolin Grandmaster Killer ist ja dein Comic. Shaolin Grandmaster Killer ist mein Comic, mein Hauptcomic-Projekt, mein Herzensprojekt. Und Band 2 kam jetzt vor kurzem raus. Werde ich auf der Stuttgarter Comic-Con dieses Jahr Ende November dabei haben. Genauso wie Band 1 natürlich. Und, ja, wer nicht zur Stuttgarter Comic-Con kann, der kann meine Comics auch auf meinen Shop kaufen. Gibt es, findet ihr auf meiner Homepage thomas-sozialik.com Updates zu meinen Projekten gibt es immer mal wieder auf Instagram unter thomas-sozialik. Und Steve, du bist auch dabei in Stuttgart. Genau, meinen aktuellen Comic Gascha-Pau Band 2 werde ich dabei haben. Genauso wie den ersten Band und viele weitere Sachen. Also kommt vorbei. Ansonsten findet ihr Infos zu meinen Sachen auf steveslozialik.com oder meinem Instagram steve-sozialik. Zudem möchte ich euch danken. Wir haben unser kleines Ziel für dieses Jahr erreicht von 100 Follower für diesen Channel. Aber wir wollen natürlich noch weiter wachsen, noch viel größer weiter wachsen. Deswegen abonniert den Kanal, liked unsere Videos, teilt unsere Videos, kommentiert. Gefällt euch das Artwork von Katsio Terada? Was sind so eure Top-Künstler? Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Outro 볍니다. Woman 居